Noch nicht viel Neues, heyho, seit der letzten Folge, hier möchte ich einen kleinen Portal-Tempel bauen, bin da jetzt gerade noch bei. Zieh mal erstmal die Seitenteile hier noch etwas höher. Gut, und dann hatte ich vorhin mal kurz, ich habe mir gerade noch ein bisschen überlegt, da könnte man doch vielleicht noch hier mal ein bisschen Holz reinziehen. So, und dann stünde der Tempel ja hier, käme dann Obsidian rauf. Weiß ich nicht, sollte man da jetzt nochmal Bricks rein tun? Ja, ich bin immer noch relativ ruhig, jetzt weil ich noch gar nicht so richtig weiß, wie es aussehen soll, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Hier steht ja dann schon die Säule drauf, oder soll man das so erhöhen, dass das so Stufen noch vor sind? Ach ja, warum nicht? Warum nicht, äh, Moment, wie groß ist denn das jetzt alles, wenn man hier so, hm, ich mach das mal einfach. Erstmal aus Holz. Nee, das passt da nicht gut, das passt da nicht gut, dann muss man, nee, nee, da mach ich dann doch lieber, äh, hab ich denn, na, ich hab nur noch zwei. Ach komm, haben doch genug. Wir haben ja genug vom Ton, also, ich glaub nur einfach, das ist echt cooler, wenn wir hier, hol ich auch mal das Obsidian schon. Es ist friedlich seit ein paar Folgen, ne? Das kommt daher, da ich immer, äh, schlafe. Ich bin ja kaum eine Nacht mal auf. Deswegen haben wir hier kaum Monster mal, äh, möchte ich jetzt zwar nicht beschwören. Ach, guck mal, unser Ton ist auch fertig. Das ist gut, nachlegen direkt. Ach so, wir haben keine Kohle mehr da drin. Das ist natürlich was anderes. Aber es ist auch kein Problem. Flop, flop. Hopps, einfach alles mal drauf. Alles, was geht. So, letztes Stückchen auch noch hier runtergebracht. Ähm, Treppen. Ich sprach von Treppen. Machen wir das doch einfach mal. Brauchen wir nicht mehr viel. Erstmal genug Bricks. Und dann baue ich mir eine Treppe daraus. Komm mit. Ähm, ja. Das reicht dann. Dann nehme ich Obsidian mit. Und auch meine Diamant-Hack. Ich denke auch an alles heute, ne? Falls ich mich verkloppe. Habe ich wenigstens eine Axt, eine Hacke dabei, die, mit der ich das wieder abbauen kann. Gut. Zurück und mal laufen. Was ist denn mit euch hier eigentlich? Wird's bald mal was? Kohle, äh, Kohle. Quatsch, Kohle. Habe ich, äh, Knochen dabei? Nein, habe ich nicht. Alles aber gut hier, so der Tempel. So schön so in dem Dschungel. Könnte man vielleicht noch ein bisschen dschungelartiger machen hier vorne alles. Ne? Das... Ja, tolles Timing. Ast rein, Frau Buddler. Hast du wieder super hingekriegt. Aber das schaffst du noch. Komm. Äh, ich habe Angst. Da hat einer, äh, gemacht. Äh, krack. So. Zack. Zack. Ja, ich habe ein merkwürdiges Geräusch gehört, aber das war wahrscheinlich Einbildung. Gut, gucken wir mal hier. Genau. Wo ist der? Fällt mir ein, ich brauche ja eigentlich nur die Zäune zu ziehen. Wasser. Ich höre Wasser. Äh, ich ziehe einfach die Zäune, dann sind wir hier einigermaßen sicher. Kann doch nicht sein. Wo ist denn der? Muss in unserer Höhle unten sein. Ist ja alles unterhöhlt hier. Uh. Okay. Ähm. Was machen wir denn jetzt hier mit? Was machen wir denn jetzt hier mit? Dann machen wir doch jetzt hier nicht nur auch Obsidian drauf, sondern dann machen wir doch dann... Hier so ein Wood. Das ist bestimmt gut. Pass auf. Aber doch relativ bunt, ne? Bunter Tempel. So, dann bauen wir hier das Gate. Zwei unten. So, und dann haben wir bestimmt ein bisschen Erde dabei. Natürlich. Ich habe doch immer Erde dabei. So, gehen wir hier um die Ecke. Das ist immer die sparsame Version von dem Nethergate. Uuuh. Ah. Fackeln schon mal dranhängen. Ey, der ist doch hier direkt um die Ecke. Was wird... Jetzt kriege ich aber zu viel hier. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Wir sind doch nicht im Nether und schon ist hier ein völliger... Völliges Chaos. Ah, ich weiß, wo der ist. Hier ist so ein kleiner Fluss. Hier. Und der ist da drin. Der ist bestimmt da... Da drin. Na? Äh, nein, doch nicht. Komisch. Das ist komisch. Na komm. Raus da. Jawohl. Hm. Das gefällt mir ganz gut. Ich brauche nur mehr von dem Holz, denke ich mal. Ich möchte... Muss natürlich die... Seitenteile hier... Bisschen anders machen. Und zwar... Nur noch sechs Stück. Das ist zu wenig, Leute. Das ist zu wenig. Das lasse ich jetzt so ein bisschen so da zulaufen. Was machen wir denn hier mit? Mit dem Loch. Das habe ich nicht richtig gemacht, ne? Hätte man besser... Hm. Eigentlich ist so okay. Was machen wir denn? Äh? Vielleicht so? Ja. Aufpassen ist ja nicht... Äh... ...quadratisch hier. Der Heini, der geht mir aber auf den Keks jetzt. So, was machen denn unsere Pinien in der Baumschule überhaupt? Komm, ihr seid doch bestimmt jetzt gewachsen. Na komm. Nö. Doch. Oder? Eine. Eine ist da. Und auch nicht besonders groß. Wir brauchen nur noch mal sechs Stück Holz erst mal. Das dürfte gerade erst mal reichen. So. Habe ich noch einen Saibling dabei? Leider nicht. Das ist ja wieder organisiert hier. Kann ich ja wohl überhaupt nicht ab. Warte, ich seh hier bloß los. Und überhaupt... Und überhaupt... Da fällt einer runter. Komm. Ja, ja. Na komm schon. So. Mann. Schwere Geburt. Ich hab mir gedacht, man könnte auch mal so ein bisschen seitlich laufen. So. Hui. Okay. Erde. Erde. Zack. Zack. Oh. Und noch einmal. Hm. Der Heini, der geht mir wirklich auf den Geist. Ich weiß nicht... Wo der sich aufsteckt. So. Tralala. Traladi hopsasa. Der springt mich jetzt bestimmt jeden Augenblick von hinten an irgendwie. Das sieht diesen Typen wieder ähnlich. Ich hab das jetzt auch wieder so eine Idee vor mir. Also was zu machen hier. Aha. Sei doch leise. Ja. Mit dir spricht doch keiner. Lass dich auch nicht stören bei allem, was du so tust. Das interessiert uns nämlich auch nicht. Grunzt du dir ruhig ein. So. Wie geht's dir denn weiter nach oben vor? Nach oben muss jetzt auch noch irgendwie... Brrrr. Was machen wir denn da? Hm. Wie viel Bricks hab ich denn eigentlich noch? Gar nicht viel. 13. Das ist nicht genug. Kann doch nicht wahr sein. Der geht ja so auf den Keks. Wo ist denn der? Nix zu machen. Nix zu machen. So. So. Oben möchte ich aber noch irgendwie Dach drauf machen. Also vielleicht gar nicht mal so ein richtiges geschlossenes Dach. Sondern eher... Naja. Was weiß ich. Halt ein Dach. Aber Ziegelsteine... Ich glaub das Ziegelsteine oben ist dann doch ein bisschen zu fett. Das sieht dann so schwer aus. Sollte vielleicht doch eher normales Holz oder... Vielleicht könnte man doch auch... Etwas Interessantes mit Zäunen machen. Mal überlegen. Aha. Das könnte vielleicht auch... Ganz gut aussehen. Wenn ich das so mache. Pass auf. Versuchen. Klack. Und... Klack. Runter und gucken. Ach wird wieder dunkel. Eieiei. Die Zeit, die vergeht aber. Alles okay. Das ist okay. Das sieht schon ganz gut aus. Was mach ich denn oben im Dach? Da mach ich jetzt noch... Da mach ich jetzt noch Zäune drauf. Ja. Ganz merkwürdige Konstruktion denke ich mir da aus. Schnell mal eben zurück. Das ist immer gut. Das trifft sich ganz gut. Da können wir auch nochmal nach den Ziegeln gucken. Das hätte ich nur eigentlich... Nach dem Schlafen gehen. Also nach dem Aufstehen machen sollen. Hey. Fettestens. Das ging aber jetzt ganz zügig. Direkt verarbeiten. So. Und die auch noch. Dann bleiben wieder die beiden übrig. Klar. Vergiss ja auch immer noch zu frühstücken. Ob sie hier kann. Ich will jetzt hier lassen. Brauche ich nicht mehr. Kann ich hier lassen. Das auch. Aber nicht in diese Kiste. In die Werkzeugkiste. Hm. So. Dann haben wir auch Wood Slabs. Wood Slabs ist auch nicht schlecht. Wir brauchen mehr Zäune für meine Idee. Hier vielleicht nochmal die Hälfte. Ah. Dann nehmen wir auch noch ein paar Slabs. Halbhülser. Was war mit... Ach. Das ist auch nicht schlecht. Ah ja. Das mach ich. Das mach ich. Und zwar dann noch ranken. Das reicht. Das reicht. Selbst eine Zäune hatte ich da eine Idee. Fackeln hab ich. Könnte ich nochmal ein paar Fackeln mitnehmen. ne. So. Ja. Treppenstufen hab ich genug. Mach ich erstmal rein. Dann reine ich erstmal hin. Und lass mal locker kommen. Guten Morgen. Ja. Schön schlafen. Ja. Schön. Ja. Man muss auch mit seinen Tieren reden. Hm. Als guter Farmer. Ja. Das ist... Äh. Die geben dann mehr Milch. Apropos. Wir haben noch nie die Kühe angezapft. Noch was, was auf dem Projekt planen kann. Ach. Das müssen wir auch noch bauen. Eine Projektwand müssen wir wieder bauen. Sonst vergesse ich das doch immer alles, was wir machen wollen. So. Jetzt pass auf. Hier oben. Zack. Zack. Da immer hin hoppeln. Raufklettern. Ja. So. Hier. Na, das werde ich nicht schaffen. Nee. Dumm gelaufen. Alles klar. Das ist nun reine Verzierung oben auf die Säulen, damit die so ein bisschen abgerundet ist. Ich dachte, das sieht vielleicht ganz nett aus. Bin selber mal gespannt, wie es hier aussieht, wenn es fertig ist. Einmal hier um die Ecke und einmal da um die Ecke und einmal da um die Ecke. Ja, prima. Prima, das ist doch gar kein Problem gewesen. Was ist das denn? Was ist denn das denn? Was ist denn das denn da noch? Wenn der nicht bald aufhört mit seinem Giaule, du. Mensch. Das macht mich hier ganz nervös. Oh, 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 oh. Okay. Also das ist noch ein bisschen abgerundet, ja. Aus Stein hätte es auch ganz gut ausgesehen, aber es ist ja jetzt hier so ein Holzgebäude. Mit diesen Ziegelsteinen da drin, auch nicht schlecht. Ja, gut, hier kommt man nicht hoch durch die Zäune. So, hier ist was war oben, oben am Dach. Da überlege ich mir jetzt mal was. Das weiß ich noch nicht, dass in der nächsten Folge bauen wir das. Ich muss jetzt ein paar Minuten mal nachdenken, wie ich das jetzt hier da oben weitermache. Und ja, in der nächsten Folge ist dann weiter. Vielen Dank fürs Zusehen erstmal. Bis dann. Ja, aber da.